Hallo, hier ist Christian Schemaier, Vater und Beziehungscoach. Und ja, eigentlich ist es mein Video-Newsletter rund um die Themen Dating-Beziehung und Liebe. Heute gibt es aber mal ein ganz anderes Thema. Ich habe mich entschlossen, ja, mein Wissen, was ich so erworben habe die letzten 4-5 Jahre. Boah, da sind es sogar 6, weiß ich gerade gar nicht. Ja, so, wie baue ich, hatte ich ja eigentlich damals gar nicht geplant, aber wie baue ich ein Online-Business auf im, sagen wir mal, Beratungsbereich. Aber kann man auch nutzen für andere Bereiche, muss jetzt nicht Beratung sein. Dann irgendwie, wie baue ich da ein Online-Business auf, welche, wie binde ich da Social Media ein, welche Fallschrecke gibt es da, was gibt es da zu beachten, wie gehe ich mit den, mit dieser Welt um, die so ganz anders ist, als ihr vielleicht denkt, auf Social Media. Ja, mit den Problemen, die da auftreten, mit den Chancen, die sich da eventuell daraus ergeben. Ja, da werde ich, ja, wie soll man das nennen, es ist ein Kurs, also ich würde da gerne ein Angebot. Ist eigentlich so ähnlich wie, ist jetzt nicht unbedingt mit meinen sonstigen Kursen vergleichbar, eher so mit meiner Fortbildung da zum Libeship-Coach. Das passt da auch sehr gut zu, also wie kann ich online, ja, ein Business aufbauen. Und ich gebe auch gerne meine Tipps weiter, wo ich den Eindruck habe, ja, die erhöhen auch die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich ist. Und, ja, es ist ein Kurs über die Basics. Kurs ist natürlich, also ich kann ja jetzt nicht in alle technischen Einzelheiten gehen mit, was weiß ich, Analyse der Besucherströmen oder Nicht-Analyse oder bla 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 oder auch nicht formale Details. Ich würde gerne einfach mein Wissen weitergeben, wie man das so aufsetzen kann, weil es ist nicht so einfach. Es ist echt nicht einfach und ich habe es echt so auf die harte Tour gelernt und, ja, und, aber ja, gut, kommen ganz gut zurecht und, genau, wird das gerne weitergeben. Vielleicht interessiert dich das, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es den Kurs so lange geben wird. Vielleicht denke ich auch wieder, ach, nee, was soll ich das weitergeben? Aber gut, vielleicht interessiert es dich und ich werde da jetzt über den Sommer mal dran sitzen und ich denke, am 31. August wird er dann rauskommen und bis dahin gibt es ihn dann nochmal, wie das bei mir jetzt immer so ist, zum super günstigen, was heißt günstig, das ist jetzt schon ein teurerer Kurs, aber zum deutlich günstigeren Einsteigerkurs. Und, ja, vielleicht ist das was für dich, vielleicht möchtest du dran teilhaben und wenn nicht, dann ist es auch fein. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ob es da jetzt einen Bedarf gibt oder nicht, aber das wird sich ja dann zeigen. Ja, ich packe den Link mal hier drunter und dann werden wir uns bald wieder sehen. Ja, ich packe den Link mal hier drunter und dann werden wir uns bald wieder sehen.